Moin und herzlich willkommen zu dieser Sonderfolge Bildbesprechung. Es ist eine Bildbesprechung der Kanalmitglieder. Das heißt, wenn du dich fragst, was ist Kanalmitgliedschaft, was soll das und was tue ich da, dann bleib dran, direkt nach dem Intro erkläre ich dir es in ein paar knackigen Worten. Es gibt hier auf YouTube auf unserem Kanal die Kanalmitgliedschaften. Es gibt in drei Stufen. Einmal ist eine Stufe, dass wenn wir Livestreams machen, was in letzter Zeit nicht so häufig vorgekommen ist, aber wieder vermehrt vorkommen wird, das kann ich schon mal sagen, dass du eigene Emojis hast. Dann gibt es eine Stufe, wo du einmal im Quartal ein Bild zur Bildbesprechung einschicken kannst. Dann gibt es eine Stufe, da bekommst du Videos vorab und außerdem ein Live-Webinar mit mir gemeinsam einmal jährlich. Die Videos natürlich häufiger, aber das Live-Webinar einmal jährlich. Und damit unterstützt du natürlich mit jeder dieser Kanalmitgliedschaftsstufen einfach den Kanal. Und ich versuche das natürlich auch zurückzugeben mit vorab Veröffentlichung von Videos für die höchste Kanalstufe. Und wir machen auch das Live-Webinar im Januar, Februar für 2021, also das zurückliegende Jahr im Prinzip. Und heute ist für die zweite Stufe und die dritte ist natürlich damit inkludiert, die Bildbesprechung der Kanalmitglieder. Ich freue mich sehr auf eure Fotos. Wir schalten rüber auf meinen Rechner und dann schauen wir uns die Fotos gemeinsam an. Los geht's mit einem Foto von Andreas Esser. Und der hat eine Rose fotografiert und zwar mit einer Vogtländer Bergheil 9x12. Also das erinnere ich den Bildtitel. Und ja, es sieht ja auch so ein bisschen analog aus, wenn wir mal ehrlich sein. Es hat so die klassischen Analog-Dinge, die bei so einem Bild passieren, wenn man auf einem analogen Film fotografiert und die Kamera nicht nagelneu ist und so weiter und so weiter. Wir sehen die Fussel, die Ausfransung am Rand und was wir auch auf alle Fälle sehen, ist diese unfassbar geringe Schärfentiefe. Weil ich vermute mal, das, was wir im Hintergrund sehen, ist wahrscheinlich das Glas, also die Vase. Also so eine Mischung aus Glas und Vase wahrscheinlich, wo die Rose drin steckt. Und da sieht man, wie schön bei so einer Mittelformat die Schärfe nach hinten abnimmt. Und das hat so seinen ganz eigenen Look. Aber insgesamt hat das Bild natürlich auch einen Charme. Es ist gestalterisch nicht besonders doll, Andreas. Ich will dir nicht zu nahe treten, aber machen wir es sich vor. Es ist nicht doll fotografiert. Ja, wie soll ich sagen, der Hintergrund, ich weiß nicht, ob der unaufgeräumt ist oder was diese ganzen Streifen im Hintergrund sind oder ob die dem Entwicklungsprozess geschuldet sind. Aber da ist halt einfach viel, viel los. Und auch wenn das unscharf ist, ist da viel los. Und die Rose ist auch sehr Richtung Mitte gequetscht. Aber vielleicht kannst du ein bisschen mehr dazu erzählen, wie die Aufnahmesituation war und wie du das fotografiert hast und was du dir dabei gedacht hast vielleicht auch. Axel Lange hat etwas fotografiert, was ich wirklich so gar nicht zuordnen kann. Also ich frage mich tatsächlich, Axel, was sehe ich hier eigentlich? Also wahrscheinlich hast du eine Mail geschickt, aber du weißt, die Mails liegen mir bei der Bildbesprechung nicht vor. Es ist einfach richtig cooler Verlauf, Helligkeitsverlauf. Außen, also diese vierfach abgestufte Umrahmung, sage ich mal. Und dann dieses Weglaufen von dem äußeren hellsten Ring nach außen rechts oben ins Dunkle ist richtig geil. Also dieser Blauton und diese Blauübergänge sind sensationell, was immer das ist. Und in der Mitte steht irgendwas Orange-Goldenes, was auch noch so eine Mischung ist aus einer Kugel und einer Säule. Und ich bin wirklich völlig überfragt, was ich da sehe. Aber das, was ich sehe, passt halt komplementärfarbenmäßig gut zusammen. Es ist richtig geil bildgestalterisch gemacht. Vielleicht wäre es noch einen Ticken schöner, wenn du ganz minimal nach rechts gegangen wärst, sodass der rechte Rand dieser Säule genau an die Kante läuft, zusammen mit dem inneren blauen Ring. Aber das ist wirklich jammern auf allerhöchstem Niveau. Also sensationelles Objekt und auch wirklich richtig gut fotografiert. Schreib mir in die Kommentare, wo das ist. Ich glaube, das wollen mehr Menschen sehen oder fotografieren. Und wenn du selber gebaut hast oder irgendwas ganz Kleines, Abstraktes ist, dann sehr gern auch mit den Infos her. Von Barbara Schneider haben wir hier eine Blüte. Und rücklicherweise ist der Bildtitel Israel am Totenmeer skaliert. Also das skaliert ist es klar, Barbara, aber Israel am Totenmeer sieht man auf dem Bild natürlich. Überhaupt nicht. Also es könnte theoretisch auf der heimischen Fensterbank sein, wenn da sehr warntoniges Licht drauf fällt und man so einen roten Stein, so eine rote Steinfensterbank hat. Spielt aber für das Bild keine Geige. Schöne geringe Schärfentiefe. Also einfach schön, dass die Schärfe so nach hinten wegläuft. Die Schärfentiefe, das Bokeh im Hintergrund ist vielleicht so ein bisschen digital. Es ist so ein bisschen krisselig, so ein bisschen ungefällig. Ich glaube, das ist auch der Tatsache geschuldet, dass das mit einem, was haben wir denn hier? Wir haben hier ein 105er Objektiv, wahrscheinlich ein 105er Makro an einer 400D, wenn ich das richtig sehe. Ja, das wirkt nach hinten so ein bisschen krisselig. Und ich hätte auf alle Fälle rechtsdeutlich, links natürlich, linksdeutlich beschnitten. Also auf der linken Seite einfach viel weggenommen. Vielleicht ein Quadrat drauf schneiden. Dann kommt zwar die Blüte vielmehr in die Mitte, aber die ist hier der Hauptakteur. Und alles, was im dunklen Bereich auf der linken Seite ist, zusammen mit dem hellen Streifen, der da noch ist, und dem Blatt, was da oben links in die Ecke läuft, bringt das Bild nicht so richtig voran. Insofern, wir haben eine schöne Schärfe auf der Blüte. Aber ich würde persönlich wahrscheinlich den gesamten linken Bereich einfach weggeschneiden. Beate Schäffler hat eine Straßenfähigerin in Kutaisi fotografiert, also in Georgien. Auch die Straßenfähigerin, du wirst nicht glauben, Beate, habe ich nicht gesehen. Also jedenfalls ist mir nicht bewusst gewesen, dass sie irgendwie die Straße gefegt hat. Ist egal. Also ganz guter Bildaufbau in diesem Fall. Also besonders hinten mit dem Gebäude und dem Schaufenster, was sehr schön ausgerichtet ist. Obwohl die Gebäude insgesamt ja nach, und das ganze Bild ja nach rechts zu kippen scheinen, ist es da einigermaßen ausgerichtet. Können Sie vielleicht auch nachträglich noch die Linie ein bisschen gerade ziehen im Hintergrund. Hier vorne im Vordergrund dieses gemusterte Pflaster. So muss richtig. Und dann die Dame, die da die Straße reinigt. Ja, schön fotografiert, gute Szenerie. Vielleicht ein bisschen schade, dass der Mercedes nur ausgerechnet da im Hintergrund durch sie durchfährt. Rein visuell, aber sonst ganz gutes Foto. Und das ist eine Doppelbelichtung von Beate. Ja, das ist eine Doppelbelichtung, also einfach verschwenkt, also vielleicht ein bisschen gesumt. Ja, ein kleines bisschen, genau, ein kleines bisschen gesumt und dazu noch ein ganz, ganz bisschen geschwenkt. Ja, würde ich unter Spielerei verbuchen, muss ich ehrlich sagen, weil mir die insgesamt die Bildgestaltung zu unaufgeräumt ist. Ja, also warum, ist das alles so in der Mitte? Also was soll das da? Also ich habe hier gerade mal geguckt, wo man wegschneiden könnte. Meiner Meinung nach oben, also ein Großteil des Himmels wegschneiden, sodass der Himmel oben noch vielleicht 15 Prozent des Bildschirms füllt. Das würde locker reichen, dann bist du in einem sehr viel breiteren Format und das Bild würde viel gefälliger wirken als so. So würde ich es mal als Doppelbelichtungsspielerei verbuchen wollen. Dieter Winke hat einen Leuchtturm auf Sylt im Gegenlicht fotografiert. Und Dieter, das ist richtig gut. Das ist richtig gut geworden, muss man sagen. Jetzt würden die meisten wahrscheinlich versuchen, hier noch ordentlich den Himmel rauszuarbeiten. Das hast du nicht getan und das rechne ich dir in diesem Fall hoch an, weil es sieht halt so noch sehr natürlich nach Gegenlicht und Abendlicht aus. Und wenn du da jetzt gegen anarbeitest, also versuchst das noch rauszuarbeiten, dann bringt das das Bild nicht nach vorne. Dass das Ganze hier so symmetrisch mittig steht, für mich völlig in Ordnung. Das Bild ist genau so zu machen, weil es soll halt den Leuchtturm zeigen. Es hätte eine ganz andere Symbolik, wenn der Leuchtturm sehr weit rechts oder sehr weit links im Bild stehen würde. Aber dann hätte ich ein Querformat genommen, um die Weite sehr viel mehr zu betonen. So, im Hochformat kann man das sehr gut so machen und mir gefällt es ganz gut. Wenn ihr euch mal ein Video wünscht zum Thema, wann hoch fahren Querformat, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Dann nehme ich damit mal zur Stellung, weil ich mache selber auch sehr wenig Hochformat Fotos. Aber es gibt natürlich manchmal gute Gründe, ein Hochformat zu machen. Und hier ist es ein richtig guter Grund. Gefällt mir sehr. Jens Weise hat in Rapperswil fotografiert. Ich nehme an, das ist in der Schweiz, Jens. Und du hast auch dazu geschrieben, dass es ein Composing ist. Das ist auch offensichtlich. Also ich meine, machen wir es sich vor. Du hast eben die Aufnahme eines Mondes mit einer blauen Stundeaufnahme kombiniert. Und das ist auch klar, weil der Mond ist niemals so groß. Nirgends auf der Welt sieht er so aus. Und wenn er so aussieht, dann sage ich mal, dann ist das Wasser hier aus diesem Becken schon rausgelutscht. Und aufgrund der Gravitation. Aber wie auch immer, eine sehr schöne blaue Stundeaufnahme und eine sehr schöne Einzelaufnahme des Mondes. Das wollen wir erstmal festhalten. Das ist eine gute blaue Stundeaufnahme, die gut gemacht ist. Hier rechts am Bildrand dieses Ufer, was da quasi das Bild abschließt, finde ich sehr, sehr gut. Da könntest du vielleicht das kleine Schild, was da so weit reinlugt, kurz unterhalb der Häuserfassade noch wegstempeln. Und das Mondbild an sich ist auch sehr schön. Das ist ein sehr schön belichtetes Mondbild. Oft sind die Mondbilder ein bisschen zu scharf, zu hell meine ich und nicht scharf genug dadurch. Oder wegen Bewegung unscharf. Das ist ja auch ein gutes Mondfoto. So beide Bilder also ganz gut. Das Composing an sich. Ja, das übertrieben ist es allen klar. Deswegen, das verbuche ich mal als Absicht jetzt. Und dann kommt aber das Thema, wie ist das mit der Spiegelung und wie ist das mit dem Mond. Also der Mond ist an einer ganz guten Stelle da oben bei den Türmen. Kann man so lassen. Der ist auch einigermaßen freigestellt. Ich sehe da zwar so einen ganz leichten grünen Saum um den Mond herum, weil da wollen wir mal nicht pepistiger sein. Unten im Wasser ist mir tatsächlich der Mond einfach zu scharf. Da müsstest du mit einem Verwischertool einfach das Ganze... Guck mal, die Spiegelung ist ja länglicher und nicht kreist rund wie der Mond oben. Das sehen wir ja an jeder der Lichtquellen. Die sind auch länglich. Die reflektieren da länglich rein. Und das Wasser sorgt auch dafür, dass der Mond im Prinzip nach unten hin schwächer werden müsste. Also da müsstest du deutlich dran arbeiten. Du musst halt mit dem Verzerrungstool die Mondspiegelung erstmal die Länge ziehen und dann noch nach unten abdunkeln. Dann wird es noch ein bisschen stimmiger. Ralf Joosmeier hat hier ein... Ich glaube ein Erdmännchen fotografiert. Vor sehr schönem Hintergrund. Also ich frage mich, Ralf, ist das Outdoor? Das ist ja mit einem 150 mm Microforsitz-Objektiv fotografiert. Also 300 mm Kleinbild, äquivalenter Bildwinkel, wie ich in den EXIF-Daten sehen kann. Und wenn das Outdoor ist, dann bist du ganz schön da dran gewesen. Nehmen wir an, das ist nicht Outdoor. Also jedenfalls nicht in natürlicher Umgebung. Aber schreibt das gerne mal in die Kommentare. Foto gefällt mir insgesamt ganz gut. Ich finde, auch hier ist das Bokeh im Hintergrund so ein bisschen ungefällig. Also das ganze Bild ist meiner Meinung nach ein bisschen zu knapp belichtet. Es ist ein bisschen dunkel. Und das Bokeh sieht so ein bisschen komisch aus. Als wäre da hinten eine... Ja, ich sag jetzt mal was. Als wäre da hinten ein beischer NATO-Tarn... Ein beiges NATO-Tarnnetz vor einer gelben Wand. So wirkt das im Hintergrund so ein bisschen. Und das finde ich so ganz merkwürdig. Also nirgends auf der Welt würde ich erwarten, dass ein Hintergrund so aussieht. Und wenn du schon dabei bist, den Hintergrund vielleicht noch ein bisschen zusammen aufzuhellen und vielleicht noch ein bisschen weicher zu machen. Unten rechts unterhalb des Erdmännchens und oberhalb der Wurzel ist noch ein schwarzer Punkt im Hintergrund. Der hat da auch nichts zu suchen. Ruth Fai Herder-Lott hat dieses Möwenfoto eingesandt. Und jetzt muss man sagen, Ruth, der Nachteil ist natürlich wie immer bei diesen Themen. Im Möwensitz ist hier in Neudeutschland natürlich nichts Außergewöhnliches. Also wenn ich eine Möwenfoto befieren will, dann kann ich hier wahrscheinlich in Seevetal vor die Tür gehen und ein bisschen Brot in die Luft werfen. Aber ganz sicher ist es spätestens, wenn ich ein bisschen näher an die Elbe ranfahre. Und deswegen sind Möwen natürlich für mich nichts Besonderes. Was mir gefällt, ist der Minimalismus im Bild. Also ich mag dieses weiße Geländer zusammen mit dem sehr hellen Hintergrund und der Möwe. Was mir nicht ganz so gut gefällt, ist, wie die Möwe da sitzt. Also dieser gesenkte Kopf, wenn der jetzt gerade nach vorne wäre, also Schnabelspitze genau auf uns zu, wird es mir viel, viel besser gefallen. Viel, viel besser. Vielleicht hast du ja mehr davon gemacht, weil Möwen sind ja auch so eher nervöse Vögel. Ich sag mal, die gucken in der Gegend permanent rum, ob irgendwo was zu fressen hinfliegt oder aber es irgendeine Gefahr droht. Vielleicht hast du mehr Fotos davon. Ansonsten ist das Licht auf der Möwe sehr schön. Und wie gesagt, dieser Minimalismus des Bildes auch. Nur die Kopfhaltung dieser Möwe gefällt mir nicht so richtig. Andreas Blomeyer hat uns dieses Lightpainting-Foto eingereicht. Und dieses Lightpainting-Foto ist insgesamt sehr schön. Es ist vielleicht ein bisschen fehlfokussiert. Ich habe den Eindruck, der fokussiert vielleicht ein bisschen zu weit hinten. Aber da kann ich mich auch täuschen. Aber ich bin großer Freund davon, wenn man Lightpaintings so macht, dass sie in die Umgebung eingebunden sind. Also wenn sie eben nicht von einem schwarzen Studio-Hintergrund gemacht sind, sondern sie sind in die Umgebung eingebunden. Aber dann ist es ein so leichtes, erst mal den Hintergrund auszurichten. Also das Haus im Hintergrund steht halt total schief. Und das Lightpainting im Vordergrund hat auch keine Verbindung zu dem Haus. Also das Haus, was man dahinter sieht, sieht so ein bisschen so aus, als wäre es aus Versehen ins Bild gekommen, durch ein Licht, was da raufgekommen ist. Und da wäre ich einfach weit davon weggegangen, sodass die Blume natürlicher von der Größe her zu dem Haus aussieht. Und was das grün soll, erschließt die mir auch nicht ganz. Also die Blume an sich oder so ein paar Blumen da hinstellen, alles gut, kann man machen. Aber sauberer arbeiten. Hintergrund gerade ausrichten, dann mit den Objekten auf eine Größe gehen, also so weit weg sein mit der Blume, dass sie ein bisschen passen zu dem Hintergrund und dann den Hintergrund sauber ausleuchten. Also richtig schön mit dem Bild integrieren, sodass die Blumen im Vordergrund stehen, das Haus im Hintergrund. Da solltest du weiter daran üben. Das sieht richtig gut aus, wenn du das nochmal so ein bisschen perfektionierst. Da würde ich mich sehr, sehr freuen, mehr davon zu sehen. Nach wie vor senden viele von euch einfach keine Fotos ein. Und das ist sehr, sehr schade, denn das ist einfach eine gute Gelegenheit, fotografisch heranzukommen und vor allem schnell dran zu sein. Denn ihr wisst es, manchmal dauert es Monate, oft sogar noch länger, wenn ihr auf dem normalen Weg für die Bildbesprechung Bilder einsendet. Und hier könnt ihr quasi so ein Mittelding wählen zwischen Fastlane und es dauert ewig, indem ihr nämlich einfach als Kanalmitglied Bilder einsenden könnt. Ich würde mich freuen, wenn sich da noch mehr finden würden, die den Kanal unterstützen mit dieser Art von Kanalmitgliedschaften-Unterstützungsmöglichkeit und wünsche euch jetzt eine gute Zeit. Geht raus fotografieren und immer schöner denken. Wir zwei, wir sehen uns wieder und vor allem wünsche ich euch ein frohes Weihnachtsfest. Macht es gut und auf bald. Tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss. Vielen Dank.